Nein, es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir die Insel finden würden. Ich tue alles, was ich kann. Es stinkt so sehr. Lauter Tote. Nein, nein, stirb nicht. Mir ist schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia, wach auf. Ach, sie sind hier, Amicia. Du musst abwachen. Was soll der ganze Kach? Mir nach. Oh nein, Soldaten. Nein, nein. Amicia, wach auf. Sie sind auch hier. Nein, sie sehen uns. Was soll ich tun? Ach so, ich kann die Horde jetzt bewegen. Nice. Guck mal her, hier. Ja, ja, ermordet. Stell dir vor. Was? War das echt? Oh, du bist zurück. Geht's dir gut? Was ist passiert? Wir haben die Horde bewegt. Ratten? Keine Sorge. Sie helfen uns. Oh, was? Hey! Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten! Ich kann nicht... Ruhe dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Äh, was? Ach so, um die Rattenhorde zu übernehmen. Okay. Warte, was ist los? So. Geschafft. Okay, ich darf das nicht zu lange machen wahrscheinlich. Mit der Horde. Hast du wirklich... Ja. Kannst du aufstehen? Ich muss... Wir müssen nur... Mein Kamelut. Ach, ruhig. Los. Gehen wir. Hast du sie wirklich... beherrscht? Ja. Ich darf sie... benutzen. Okay. Na gut. Gehen wir erst mal weiter. Äh. Das ist die große Frage. Gehen wir erst mal weiter. Gehen wir erst mal weiter. Äh. Hau rein. Also... Muss ich. Warte mal. Ich bin verworrt. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen. Deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Okay. Ich muss gerade kurz mal nachdenken, wie ich das, wie, wie, wie ich das damals gemacht habe. Alter. Äh. Die hatten auf jeden Fall einen Schmerz, äh, Fest, Fest, Schmaus. Das ist gar nicht so gut, wenn ihr kalt wird. Vor allem auch mit der Kopfverletzung und Schwindel und so. Äh. Gehörerschütterung. Was ist das? Ein Stück Stoff. Der ist neu. Uh. Können wir uns einen neuen Verband machen? Ist das möglich? Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Sehr gut. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. Ja. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen? Ist mir egal. Den da. Hm. Nicht bewegen. Ah. Entschuldiger. Fertig. Jetzt drüberlocken wir noch Feuer und machen. Die Jojo-Methode. Ich hoffe, das hilft. Stimmt. Die gute Jojo-Methode. So. Wir hatten hier noch eine Werkbank. Aber ich glaube, wir können wieder immer noch nichts, äh, verbessern. Ne. Nice thing. Nothing, nothing. Hallo. Hallo. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schafften das. Stirb bitte nicht. Noch nicht. Sie haben diese Leute aufgefressen. Lass die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht keim machen, dann geht's uns schlimmer als denen. Soldaten. Ratten. Vorsicht. Ich pass auf dich auf. Hm. 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 Okay. Okay. Also wir haben Ratten und wir haben Soldaten hier. Bei den Ratten, die kriege ich da nicht raus. Er dreht wieder um. Sehr gut. Kannst du die Ratten wieder übernehmen? Ich glaube ja, aber ich glaube, ich kann mit denen nicht springen. Muss ich gleich mal gucken. Wir gehen erstmal kurz hier. L-l-l-l-l-lut. Amicia. Die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen. Musst du aufpassen. Okay, sollen wir jetzt wirklich die Ratten benutzen? Also. Könnte ich... Schade, da komme ich nicht hin. Er ist tot. Vorsicht. Ich bleib hier. Ob's mir gefällt oder nicht. Nein, nein. Das lass ich besser. Okay. Okay. Also die Ratten zu nutzen... Ja, mach. Nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Oh, warte. Warte. Äh, warte. Ich muss mich mal ganz kurz hier verstecken. Da versteckt ihr euch also. Nein, nein, nein. Ich versteck mich nirgends. Ja, nix. Und ihr rennt weg. Das ist alles. Als ob der mich jetzt wirklich gesehen hat... ist gar nicht so gut tschüss oh Gott, das war jetzt aber gerade ganz äh wir wollen Widerstand bezahlen spürt den Biss des Biestes was, nein haha, ihr sitzt in der Falle wir gehören mir höch, also keine Wunde, mir egal ich beende es das Kind knappe ich mir auch vor wir haben hier schon genug Unkraut was kann ich jetzt gegen die machen? warte, ich bin verwundet für euch keine Schlinge, ich zumalte eure Städten ich bin der Hüter und der Vollstreiker des Gesetzes ja, 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 erzähl mal so, ich muss einfach ganz kurz hier hin dann warte kurz warte kurz, warte kurz muss ganz kurz hier hin nein, 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 nein das war nicht meine Absicht ich wollte jetzt mit dem Bolzen ne, und gib ihm hier seid ihr wir wollen Widerstand bezahlen spürt den Biss des Biestes nein haha, ihr sitzt in der Falle ihr hört mir hier amicia, deine Wunde mir egal ich beende es das Kind knöpfe ich mir auch vor wir haben hier schon genug Unkraut bleib bei mir, Ugo für euch keine Schlinge, ich zumalte das funktioniert nicht wie krieg ich den jetzt kaputt mhm mhm äh, stand da was? wie ich ihn kaputt kriege? mhm, die haben leider keine Ratten betäuben hr 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 äh ja warte, warte für dich hab ich auch was hr hr Nur wenn ich muss! Da! Bleib weg von uns! Oh Gott, das war gar nicht mal so... Also, also... Das ging sogar! Amicia! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gehen wir. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber jetzt haben wir gar nicht zu Ende gelootet. Da war noch Loot. Amicia! Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr! Da! Da sind sie! Sie kam! Alter, jetzt kommt der nächste! Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es! Schnell! Ah! Okay. Ja, sie fressen dich! Würde ich jetzt sagen. Können die hier hoch? Jawoll! Sie ratten! Sie beschützen sie! Sie beschützen sie! Ah! Also hier... Noch jemand fragen? Dann alle gleich! Ihr Monster! Ruhig! Konzentrier dich sonst! Verhierst du die Kontrolle! Ich hasse euch in eurer Armee! Ich hasse euch! Ich werde euch aufbrennen! Ah! Ah! Ich... Tresse dich! Ah! Okay! Hör damit auf, Ugo! Das geht zu weit! Hör auf, Ugo! Du verhierst die Kontrolle! Ugo! 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 Was ist los? Was ist los? Ich glaub, das war zu viel für ihn. Oh! 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 No, no, no! No, no, no! Oh nein! Hugo! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich renn doch! Wir müssen hier raus! Was? Was? Was soll der ganze leer haben? Was? Was ist passiert? Oh nein! Ich... bring uns hier raus! Ich... ich... hab's wieder getan! Es tut mir leid! Ach du Scheiß! Was passiert? Ich schaffe das! Ich schaffe dich! Mach dich bereit! Oh Gott! Oh Gott! Amicia, komm! Ich kann nicht! Bitte! Ich kann nicht! Amicia, schnell! Ich kann nicht! Amicia, schnell! Ich kann nicht! Amicia! Oh, er ist so spannend! Ja, weiß ich nicht! Bitte! Amicia! Wer kommt... Wer ist er denn jetzt? Aber die sieben Verbrecher... Du bist wach! Er hat dich gerettet! Er sagt, er bringt uns zur Insel! Er weiß, wo sie ist! Und sie heißt Lacuna! Warte! Wer ist denn er? Nein! Amicia! Oh Gott! Ist das schon wieder umsicht? Äh, was? Also ihr geht's gar nicht gut! Zuhause hatten wir einen Hund! Aber ich hab ihn nicht oft gesehen! Aber ich hab ihn nicht oft gesehen! Weil du nicht raus konntest! Ja! Ich stellte mir vor, wie wir spielen! Ah! Verstehe! Okay, sie kriegt immer so kleine Sequenzen mit, um zu gucken, ob alles gut mit ihrem Bruder ist! Okay! Wir sind da! Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß! Es ist nicht weit! Ich lasse die Pferde frei! Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß! Möwen! Nee! Darf ich das ansehen? Bitte! Hab noch etwas Geduld! Gut! Das wird schon... Hoffentlich! Lass Luft dran! Das wird noch eine Weile wehtun! Atme! Und bleib ruhig! Lass mich doch bloß in Ruhe! Hör doch auf, so tapfer zu tun! Du könntest noch was lernen! Gut! Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Wieso bist du zurückgekommen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen! Hm! Der Graf führt Krieg gegen uns! Hm! Den Abschaum der Provence! Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet! Ja, das frag ich mich auch immer! Oder sie flohen! Ich weiß leider auch nicht, wer er ist! Mir! Irgendwann werden sie auch mich erwischen! Du bist also auf der Flucht? Ja! Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes! Ratten! Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere! Ich weiß, wo eure Insel liegt! Ihr müsst mich nur am Leben halten! Bis wir sie erreichen! Jetzt wollen sie einen Ritter! Amicia, schnell! Das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel! Bloß! Keine Spielchen! Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte! Hä? Das war doch jetzt nicht der Ritter, der uns diese Platzwunde da verschafft hat! Oder doch! Und? Was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... Uh! Stink ich so! Kann schon sein! Nein! Es riecht nach Seetank! Na komm! Warte! Wir müssen reden! Nicht jetzt! Das Meer ist gleich dort! Hugo! Es ist wichtig! Warum hat er uns denn jetzt auf einmal gerettet? Die Frage! Was ist dein Überfall? Du hast ihm aber nicht von deinem Traum und allem anderen erzählt! Hugo! Komm zurück! Ich will nicht spielen! Und ich rede nicht mit Angsthasen! Ist es so schwer mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus! Amicia! Wir sind da! Äh... Da hinten brennt's! Hugo! Du sagst gar nichts! Ist das zufällig die Insel, die er sieht? Weit, weit in der Ferne! Los jetzt! Wir sind nicht wegen der Aussicht hier! Sag mir zuerst, wohin wir gehen! Zu einem Boot! Ich kenn' da jemanden! Wen? Eine Schmugglerin! Sie hat ein schnelles, leises Boot! Wie schön! Meerverbrecher! Ja, so sieht's aus! Und du solltest dich schnell daran gewöhnen! Du wirst nach Laguna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst! Ich will unbedingt auf das Boot! Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung! Die richtige Einstellung! Die richtige Einstellung! Ahhhh... Fängt er uns auch? Nö, natürlich nicht! Du bist schwer! Deine Schwester füttert dich gut! Ich liebe Essen! Hey, schau mal! Wer mag keiner essen? Mach doch mal langsamer! Der hier rennt zu! Hey Kurzer, langsam! Wir haben Verletzte! Wie rücksichtsvoll! Ja, er meint sich selber! So viele! Ist das eine Vogelarmee? Warte mal! Ich finde, du solltest zum Angriff blasen! Waren wir hier nicht schon mal? Oder waren wir hier in einer Vision gewesen? Das kommt mir so bekannt vor, als ob wir das schon mal am Anfang irgendwie... hier hatten. Hm... Hm... Darf ich, Amicia? Wenn du willst! Aber bleib in der Nähe! Na los, Soldaten! Angriff! Angriff! Haha! Haha! Gibt Traum, glaube ich! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst... Hm... Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne! Oh! Wir sind aus Guyenne! Schade drum! Ja, war es! Hey! Hast du meinen Angriff gesehen? Ja! Die kommen nicht so schnell zurück! Ich könnte Soldat werden! Ohne Zweifel! Oh, auf gar keinen Fall! Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung! Ha! Das werden wir sehen! Ah! Das ist ein Fisch! Le Glens! Gut! Ich würde mir kurz einen Tee machen, Jet! Ich lasse es hier erstmal so weit laufen! Ähm... Oder schnell was zu knabbern, zu trinken! Und äh... Ich bin gleich wieder da! Ah! So! Weiter geht's! Ich würde es hier nochmal richten! So, dann gucken wir uns mal das Häuschen hier an, was wir hier am Strand gefunden haben! Ich weiß nicht, was dieser Fisch da zu bedeuten hat! Aber wir gucken trotzdem einfach mal jetzt hier erstmal rein! Sieht ruhig aus! Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht! Ich würde hier gern wohnen! Gleich am Meer! Verwerten? Was kann ich denn immer da... Achso! Damit kann ich denn immer Sachen... Ah! Verstehe! Und hier geht's dann weiter? Okay! Bevor wir aber da weiter gehen, gucken wir uns nochmal ganz kurz den Fisch an! Der hier so äh... Glänzend rum liegt! Kann ich hier was machen? Nee, ne? Nicht rein? Ich seh nix! Okay, warum hängt der Fisch da? Und warum könnte ich den Fisch hier runter? Er bringt mir das! Erstmal nichts! Okay! Okay! So, hier haben wir... Hier haben wir ein Boot! Sag nicht, dass das dein Boot ist! Sag nicht, dass das dein Boot ist! Nein, aber es bringt uns hin! Ja, ja, okay, 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 ja, ja! Es ist ein Seil dran! Du ziehst du dich über den Tod auf meiner Seite! Ja, mach mal gleich! Ich weiß nicht! Ich bin zerbrechlich! Sag mir, du bereit bist! Aber hier gibt's irgendwas! Hey, Simon! Hier gibt's Fehler! Sicher von einem Seevogel! Einer Möwe? Einer Möwe! Bestimmt! Jetzt gehört sie dir! Hier! Ich liebe Möwen! Können wir hier noch hochklettern? Geht das? Nee! Lachmöwe! Gut, hier ist noch mal Loot! Was? Los, gehen wir zurück! Okay! Aber ich verstehe noch nicht, was es mit dem Fisch auf sich hat! Aber gut! Drücke an einem Anker.e, um mit dem Seil zu interagieren! Du kannst am Seil ziehen und daran befestigte Objekte bewegen oder nach unten oder nach oben holen! Achso, hier oder was? Oder wie? Ich helf dir, Amicia! Hä? Hoppa! Weitere so! Arno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Ah! Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend! Sie hätten mich fast verwischt! Ihr seid so krank! Ach komm! Na gut! Wir bahnen dir einen Weg! Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief! Sei vorsichtig, ja? Ja! Okay! Ähm, die, äh, die gehorchen dir wirklich! Wie, äh, wie machst du das bitte? Achso, ich muss hocken! Okay, warte! Pst! Deswegen auch der Fisch! Jetzt verstehe ich! Fertig! Dann gehen wir! Sie folgen uns doch nicht, oder? Nein! Nein, 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 nein! Wie appetitlich fühlst du dich? Hahaha! Verfressende Biester! Ähm, nichts für ungut Kurzer! Äh, okay! Jetzt, halt... Also, wie geht's jetzt weiter? Machst du jetzt hier den Boden noch fertig, oder was? Hast du nicht gesagt, du... Hier, äh... Okay, entscheid nicht! Ist hier eigentlich noch irgendwie... Du? Nein! Ja, dann mach doch, aber... Hä? Hast du nicht gesagt? Oder muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Wenn du ein Schieb... Oder muss ich jetzt hier runter? Is this the way to go? Hier geht's zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung! Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ich dachte, wir fahren mit dem Boot jetzt raus! Und wir haben noch den Jungen! Das gefällt mir nicht! Okay, haben wir noch einen Bolzen? Oh, oh! Was? Das sind Millionen? Tja, Pech! Wir gehen trotzdem rüber! Klasse! Hab keine Angst! Wirklich? Hey Kurzer! Die gehorchen dir! Schick sie alle ins Meer! Ich kann immer nur ein paar kontrollieren! Na toll! Ist ja gar nicht mal so einfach jetzt hier! Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ähm... Machen wir den da? Und machen den erst mal an! Ja, stell dir vor! So... Äh... Und weiter? Achso, warte! Jetzt kommen wir doch bestimmt hier... Later? Dahin? Und so? Okay, vielleicht nicht unbedingt ins Feuer springen wir, äh... So eine Option? Oh Gott! Aber hier oben geht's ja auch nochmal weiter. Wir müssen erstmal ganz kurz gucken, was wir hier oben finden. Naja, wegen der Rampen sollten wir lieber wieder raus! Nein! Ich gehe vor! Du kommst mit und gehörst! Solange wir hier lebend rauskommen! Ah! Immer ein Brennpunkt, ja! Deswegen... Den brauch ich! Diese Stöckchen! Komm! Einfach mit! Okay. Wie machen wir das jetzt? Also wir hüpfen jetzt hier runter. Gehen wahrscheinlich... hier lang. Achso, hier sind wir nur langgegangen wegen dem Loot. Okay. Verstehe! Verstehe! So, jetzt ist die Frage... Wie können wir hier runter? Die Stöckchen anmachen? Vielleicht mal bei mir! Wir gehen! Ich vertrauen dir mal! Hey! Nicht so fest! Damit lauf ich auch nicht schneller! Du tut mir leid! Ich bin gerade etwas angespannt! Wir machen das ganz abend! Also mein Mitleid habt ihr! Okay, wir haben es geschafft! Geschafft! Kinderleicht! Genau das Wort habe ich gesucht! Kinderleicht! Du machst Ratten wirklich nicht! Niemand mag sie kurzer! Oh! Oh nein! Was? Was ist das? Das ist ein Mist! Ja, noch mehr Ratten! Bitte sagen nicht, dass wir da reingehen! Oh doch! Sollten wir nicht! Willst du hier bleiben? Ein Karren! Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen! Wüsste wirklich nicht warum! Ja, also... Das ist... Ich kann mir vorstellen, warum! Äh... Können wir sowas hier herstellen? Na gut! Einmal durchatmen und los! Was? Das wird schrecklich, Amicia! Ja, ne? Also... Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher! Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung! Nicht, dass ich bereit wäre! Hier steckt's! Was ist das? Da wird mir ganz anders! Die machen das... aus ihrer Beute! Aus Menschen! Was? Gott! Ihr seid also aus Guy500! Da hat alles angefangen! Ihr... Es war keine Absicht! Aller du warst das! Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingen rumschlagen! Die Hölle, die wir alle verstehen... Ich will dass es aufhört! Wir schaffen es nach Vakuna! Wir heilen dich! Dass es exit... Himmel! Dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Ach, du heiliger Scheiß.